Mein Daily Motivation ist halt viel Sport zu machen, mich fit zu halten, mich gut zu fühlen und vor allem immer positive Gedanken zu haben. Sich nicht lange mit Sachen, die einen runterziehen, beschäftigen. Zehn Minuten und weiter geht's. Das Leben ist so schön, um sich zu ärgern und schlechte Gedanken zu haben. Sport, 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 das hilft immer.